ja hallo willkommen der zweiten folge nicht viel weitergekommen als vorhin wir haben jetzt gleich dran gemacht ja und wir haben uns jetzt gedacht wir haben uns jetzt gedacht dass wir uns pop artikel kaufen ja dass wir uns neuen schale werfen weil wir jetzt gleich pop fahren so müssen wir mal mit dem der radarien da gibt's schöne helme ich fange mal mit der hose ich bin erst level 4 ich kann mir hier noch gar nichts kaufen ja mach mal halt gar nichts kaufen einfach mal los um ein bisschen zu level ich kaufe mir das aber schon mal ich brauch's mir noch nicht anziehen zu 5 oder was da ist der mit jeder hat ich kaufe mir hier durch das hier alles und jetzt noch schuhe und alles zusammengekauft Handschuhe ich hätte es ab mir beziehen der Hälfte dass man ja mal eine Hose kauft haben wir gleich in den Schicklern da unten ist dann eine Quest die muss ich mal mache ich mache schnell ein auf Winter will Winter will so ja passt so alle vier sind wir beide so sagen beginnt es mit Bob von hier Co-Pilot Modus ich muss noch vorläufig gleich weg sein ich bin total schlecht und Bob ja wie ich zu gehen gewinnt es ist echt nicht bei Liebensporten ja wer Bob von wir kennen schon f und j also zuerst müssen wir hier f und hart drücken also kommt ganz schnell dann kurz was war ganz schlecht und musste muss man ja lehrt hast du auch und da ist man echt schnell auch was überall an das geht es sehr um Geschicklichkeit auch nein immer hier immer hier an nein total crash ja ich auch ich sehe ich voll von hinten wir haben letztens so Profis zugeschaut und die fahren hier mit 200 70 kmh das war nicht mehr normal ja die sind aber da oft angefahren aber das stört sie nicht ich fahre einfach weiter ich werde schneller und schneller und oh so nice es schaut gar nicht schlecht aus bei mir ich komme immer näher nichts da nein ja ich habe gewonnen schade wo ist man was neu ist ich gewinne hier boah gibt dir jetzt wow belohnungen das war schon echt ne knappe sache 115 gehe ich nicht aus nein noch mehr als die hälfte ja total also ich mache mal wieder gleich schnell weiter also ich mache mal eine andere so die nächste sankt moris heißt die ja nicht machen wir machen uns nein was ist was ist denn hier geschehen was denn hier geschehen machst du es hat auch einfach von alleine gestartet es ist mich nicht weiß ist es wurde ich hier ausgelockt aber es geht nicht ein so charakter so also das kleine technische schwierigkeiten da kommt so mit warten ja sport stadt liegt du kannst aber dann aufmachen machen wir sagen wir können nicht viel mehr machen weil wir zu schlecht sind für die anderen stadt liegt irgendwie noch immer jetzt kommt ich machen die musik geleistung ja jetzt bin ich hier ich weiß nicht ob man jetzt noch was hört aber er ich hoffe schon so ist mir 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 ich bin ladebildschirm und es jetzt dieses mal sehe ich mit 1 zu 0 und da gibt es am schluss den endmeister mehr in allen disziplinen der gesamt gewandert das muss man die zwei buchstaben ganz schnell drücken die hier angezeigt werden das haben wir nicht gehört ich war voll konzentriert irgendwie jetzt habe ich einen super start hingelegt genau knapp im stil nein ich bin auch voll gecrasht na dann ich bin es auch knapp hinter dem ich könnte eine füße lutschen schmackig ja und ich hab dich überholt nein hast du nicht jetzt hast du nicht mehr nein crash 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 ich mag sie mir irgendwie nicht die vorige war besser mhm obwohl mir die irgendwie breit erscheinen naja irgendwie nicht äh da muss man sich total konzentrieren komm ja bei mir geht es gut das habe ich jetzt gut gemacht ich bin schon total lange nicht mehr angefahren ich habe 100 km h drauf ich auch nein angefangen ich bin so schnell wow äh ich bin so schnell äh fuck fuck nein und ich habe wieder gewonnen perfekt so eine runde noch mit 5 ja das könnte sich ausgehen so ich mache wieder auf ja lieber machst du sonst du kannst das spiel ich wieder alleine mit zwei mannschaften bob aber da wir keine freunde haben müssen im bord spielen das wohl lustig im zweier ob mein bord ist lena ich hab jetzt von j also schlecht so welches ist es relativ tief auf verfügbar es ist zu viel von uns wohl witzig auch naja in der Tat h das zwei popp ist noch schwieriger das ist normal aber das ist ja mal klar für ganze Pop-Experten und Deutsch man sieht's doch irgendwie ein bisschen höher das ist echt anstrengend irgendwie nein du überholst mich nicht oh das war schön oh der Übergang war schön das war auch sehr schön ich bin auch sehr schön ja und es sieht aus als hätte ich wieder gewonnen oder es gibt es doch nicht kurz von sie oder ja durch das wort das von 30 sekund und ja alle fünf jetzt gleich machen ich habe das gleiche und drittbauen hier das ist ja auch nicht was machen wir schauen dass es mal zu sagen verbesserte Bob Stabilität verbesserte aerodynamik ich mache scharfe kurven verbessert die steuertechnik 1 10 sekunden um fünf das ist nämlich ja und crisis wieso steht das eigentlich das schließt immer fängt warum steht das hier einmal auf englisch und auf deutsch geh mal zu dem verbesserten eislauf der hand der komischen hand ja wieso steht das darf englisch und sonst ich mache noch verbesserte Stabilität hier erhöht sich Stabilitätstechnik für 10 sekunden um 10 dann habe ich noch zwei punkte jetzt du machst das verbesserte Stabilität nochmal und dann habe ich schon 0 nein das ist eine passiv die anderen zwei passen so da geht es nicht auszurüsten ja habe ich schon ich mache jetzt nicht das kille nur scharfe kurven also ich habe so schaffe kurven 1 schaffe kurven zwölf machen auf warten an ich muss mir zuerst mal umziehen ach so und ich muss das ist jeder kauft man sich hier so ein getränk einfach mal und frisst wieder mal zu teilen geld verschwinden ja das war's ja ich mache schon darauf ja wir haben jetzt den dritten map vorgeschalten lassen sie probieren la placken schaute mich an hast du mich gesehen nee runtime error was was ist mein spiel ist abgestützt das würde ich jetzt alleine hier weitermachen ich habe die strecke ist geil muss ich mache einfach schnell die strecke hier weil es gab so lustig ist ist wirklich geil wenn ich jetzt anfangen würde die ganze zeit ja 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 weil ich überlohne einfach hier auf einer strecke soll ich öffne das spiel erneut ach nee komm was mache ich hier so ab jetzt wo ich wieder voll so ein bisschen leitleute hier bin ich wieder dabei mein spiel ist eben abgestützt aber eigentlich nicht das spiel ich habe keine ahnung was ist gerade los um ja typisch hier ich mache einfach jeweils das ist aber er lohnt ein streckenlein und wir können sie dabei in der stadt ein bisschen umsehen so bin hier fertig schon fertig ja ich wollte ich ihnen gerade hier die schöne stadt zeigen naja polizisten hier stehen zwei polizisten ein krimmeln ich weiß nicht was ich das bringen soll verschönet die stadt ein wenig na ja kommen raum ja ich komme schon wieder la plack jetzt kann ich dann skin auch anschauen ja das hat sich jetzt irgendwie verändert ich da muss ich mir jetzt irgendwie grad wieder reinhauen ja mach mal ich mache schon mal in meinen sack das ist gar nicht ausgerüstet man hat immer diese weiße diesen weißen anzug da aber obwohl ich den eigentlich nicht drin habe irgendwie lebt das hier gerade gar nichts naja ich warte warum zieht er sich das jetzt nicht da nicht verstehe das nicht ja komm einfach ja du vertrudelst die zeit ja volle zeit jetzt schau dir das an nice du gelbe socke was also ich habe mir das michelle mann dings und aus neul in braun f&h und jetzt war es voll gemacht großartig wo mein staat ist hier wunderbar oder auch nicht und ich habe dich überholt habe es bemerkt nein ich bin hier voll angekracht angekracht wie krachten krachten genau ich werde da verklagt uns gleich ja wenn man einen wenn man wenn es einen namen sagt klar ich kann ich den trick jetzt nicht mehr verwenden kann man den einmal verwenden ja anscheinend das ist wo ich bin hier total angekracht schon wieder dass er nicht lacht ja ich lache nicht hier schon wieder immer in die gleichen Kurven wie vorhin und vorhin da war ich nicht dabei musste ich auf einmal einen Lohn machen so wie der Rest genau hat Spaß du bist auch gerade hier na ich bin ja auch so selbst ist hier wollte ich gleich fall dich für ein Gerücht nein ja ich glaube aber was das hat wohl wunderschön das war mal ein finale ganz besonderen art ich hätte mal gesagt zwei reinen noch ja komm ja komm weißt du schießt 2 zu 1 für dich dann bin ich auf level 6 oder machen wir zu wenn du jetzt gewinnst ist es aus du bist der gewinner für diesen das zu gehen wenn nicht dann müssen wir noch einen challenge match machen okay ich denke du sitzt zweimal gewonnen ich finde gehe nicht so geht es mir manchmal auch großartig nein oh das sieht gut aus noch gehe einmal angekracht ich sage immer kracht wo ich gehe hier ab oder auch nicht und schon voll crash ich darf das nicht sagen sonst nicht nein jetzt zieht er mir davon oh du bist hinten sehr wert zu kommen ich glaube das gewinnig wenn jetzt nichts passiert nur ein gröberes vor kommt kommt ich komm oh das ist so gut gerade für mich ich habe einen dauer 100 kmh 54 ich habe genau die hälfte und bin ziel 1 11 was hat sich vorhin 1 alte punktzahl 1 27 neue 1 11 wow das das ist geil mal ich habe deine alte punktzahl und sogar ein bisschen mehr 1 und 20 ich habe meine bestzeit geschlagen und kein level 6 mehr aber du hast ja gesagt es ist dann aus wenn ich will dann ist der sieger der herzen jetzt nein nur der sieger von dieser disziplin und du bist der sieger der herzen wir hatten eigentlich bei skifahren gewonnen das ist die frage ja und dann würden sagen das war es mit pop fahren ja snowball das snowboard nein das ist nicht so das nennt man pop fahren der pop meister der pop ist der pop meister der baumeister der pop ist der pop meister ja passt schon nicht überziehen hier und dann bis zum nächsten sportarten und ciao 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 ciao